Der alltägliche Blick auf unseren blauen Planeten. Das ist ein echtes Privileg der Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS. Doch können wir uns diese einmalige Aussicht nicht auch für Wissenschaft und Forschung zunutze machen? Das Herzstück der weltraumgestützten Erdbeobachtung sind Sensoren. Das sind hochpräzise optoelektronische Meisterwerke, die unseren Heimatplaneten seit Jahrzehnten in verschiedenen Wellenlängen und unterschiedlichen Spektralen, räumlichen und zeitlichen Auflösungen beobachten. Satelliten bieten diesen Sensoren eine Struktur, die sie im All in ihrer Umlaufbahn hält, mit Energie versorgt und ihre Daten zur Erde sendet. All das und mehr ermöglicht auch die ISS, die größte menschengemachte Konstruktion im Orbit unseres Heimatplaneten. Und in der Tat hat sie ein einzigartiges Potenzial für die Forschung in verschiedensten naturwissenschaftlichen Gebieten, auch für die Erdbeobachtung. Dabei unterscheiden sich die Eigenschaften der ISS in einigen Punkten von den üblicher Fernerkundungssatelliten. Die ISS ist bemannt und bietet viel Platz für Sensoren. Das ermöglicht die Installation von Sensorsystemen und den Einsatz neuer Technologien ohne den Bau eigenständiger Satelliten. Außerdem können die Astronauten Wartungsarbeiten durchführen und Daten flexibel dann sammeln, wenn sich zum Beispiel spontane große Ereignisse wie Vulkanausbrüche zutragen. Dabei ist auch die vergleichsweise geringe Flughöhe der ISS von Vorteil, welche räumlich hoch aufgelöste Aufnahmen ermöglicht. Wie auch die meisten Satelliten befindet sie sich im Low Earth Orbit, allerdings mit ihrer Flughöhe von 400 Kilometern ganze 300 Kilometer näher an der Erde als zum Beispiel der Satellit Sentinel-2. Erdbeobachtungssatelliten umkreisen die Erde meist polarumlaufend und sonnensynchron. Sie überfliegen Gebiete also immer zur gleichen Uhrzeit, wobei normalerweise nur die Tagseite aufgezeichnet wird. Die ISS umrundet den Erdball hingegen auf einer geneigten Bahn, die nicht über die Pole führt und sie alle 90 Minuten von der Tag- auf die Nachtseite wechseln lässt. So ergeben sich verschiedene Perspektiven und variable Aufnahmewinkel bei ganz unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Denn die Erde ist auch bei Nacht ein faszinierender Planet. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf einige wichtige Sensorsysteme, die sich auf der ISS befinden und die mit ihren Missionen die Beobachtung und die Erforschung unseres Planeten vorantreiben. Die CEO steht ganz in alter Raumfahrtradition. Seit mehr als 50 Jahren schenken uns Astronauten durch ihre Fotografien eine neue Sicht auf unseren Planeten. Die Besatzung der ISS verwendet im Rahmen der CEO kommerzielle und professionelle digitale Handkameras mit verschiedenen Objektiven. Fotografiert wird von jedem verfügbaren Fenster auf der Raumstation. Aber vor allem von der Cupola mit ihren sieben Fenstern, von den Fenstern im russischen Svester-Service-Modul und dem Nade-Viewing-Fenster im US-Destiny-Labormodul. Die ISS liefert uns auch bewegte Bilder. Bei dem HD-EV-Experiment waren seit April 2014 bis August 2019 auf der externen Nutzlastanlage des Columbus-Moduls vier kommerzielle HD-Videokameras, die auf die Erde gerichtet waren, aktiv. Natürlich operieren die Sensorsysteme auf der ISS nicht nur im RGB-Bereich. DESIS befindet sich seit 2018 an der MUSES-Plattform und ist nach HIKO, welches bis 2014 in Betrieb war, das zweite hyperspektrale Sensorsystem auf der ISS. DESIS deckt den sichtbaren und nahen Infrarotbereich des elektromagnetischen Spektrums mit hoher Auflösung ab. Diese Eigenschaften qualifizieren DESIS für Anwendungen in der Land- und Forstwirtschaft, der Bodenbedeckungsanalyse und der multitemporalen Umweltüberwachung. Bei GEDI handelt es sich um ein ganz besonderes Sensorsystem. Hier wird nicht mit den elektromagnetischen Wellen der Sonne, sondern mit den drei systemeigenen Lasern gearbeitet. Als Resultat ist die präzise Messung von Wald- und Oberflächenhöhen und die Erzeugung einer hochauflösenden 3D-Struktur der Erde möglich. Viele weitere Systeme an Bord der ISS erfassen unterschiedlichste Phänomene und Vorgänge auf der Erde. Von emittierter thermaler Infrarotstrahlung über die Ozonkonzentration bis hin zur Bewegung von Vögeln und Säugetieren. Die ISS ist in den 20 Jahren, in denen sie unsere Erde nun schon umkreist, für die Erdbeobachtung eine unverzichtbare Plattform geworden. Auf ihr wurden und werden zahlreiche Missionen durchgeführt, welche die, oft von uns Menschen ausgelösten, Veränderungen auf unserem Heimatplaneten untersuchen und protokollieren. Weltraumgestützte Erdbeobachtung spielt eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, unseren Planeten zu verstehen und zu bewahren. Auch die ISS, ein einzigartiges internationales Projekt, sammelt Daten, die wichtig für die Gegenwart und unsere Zukunft auf dem blauen Planeten sind. Untertitelung des ZDF, 2020